Die Covid-19-Pandemie stellt eine außergewöhnliche Herausforderung in der modernen Geschichte dar, deren Bewältigung den Zusammenhalt der Bevölkerung erfordert. Seitdem das Coronavirus Tausende von Menschenleben gefordert und sich in fast allen Ländern der Welt ausgebreitet hat, wird aktiv nach Möglichkeiten gesucht, um die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und den mit dem Gesundheitswesen verbundenen Einrichtungen durch die Krise zu unterstützen. Wenn Sie der Meinung sind, in dieser Phase Hilfe leisten zu können, wird die Dr. Ovaira-Plattform dafür sorgen, dass Ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, ein möglichst breites Publikum zu erreichen, um Ihre Ideen zu verwirklichen und oder diese zu verbreiten. Haben Sie Initiativen ergriffen, um den Ausbruch zu stoppen, sinnvolle Spenden an eine Gesundheitsorganisation auf der ganzen Welt geleistet oder einfach eine Erfahrung gemacht, die Sie mit dem Rest der Welt teilen möchten, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um sich Gehör zu verschaffen. Ihr Beitrag kann unverzügliche und nachhaltige Pläne zur Bekämpfung der Pandemie sein und in einer der schwierigsten Zeiten, die wir alle gemeinsam durchleben, einen enormen Unterschied machen. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder besuchen Sie uns unter www.ovaira.com. frem. unft w f f f f